Halleluja, Freunde und Willkommen zu einer neuen Folge von Forz mit dem Seras. Servus. Und wir spielen heute wieder Forz mit der Community und es wird wahrscheinlich ziemlich alles explodieren, was geht. Mit dabei bei uns im Team ist Jablock und Chicken Gaming. Auf der anderen Seite sind der Techie, Katze123, Unmox und Lüdel. Kennt man, glaube ich, alle außer Unmox, der sagt mir zumindest nix. Und, warum werden denn jetzt alle schon wieder nicht ready? Oh, scheiße, die Map. Okay, das wäre jetzt beinahe ziemlich, ja. Oh, wir spielen Turtles, da habe ich Bock drauf. Wobei, da kann man, ne, die ist, ah, die ist, ne, die ist, ich bin mal ganz klassisch. Sorry. Ja, das wäre jetzt beinahe richtig übel geworden, da hätten wir nämlich eins gegen eins gespielt. Ah, ja, sehr schön, da hätten alle dazugucken dürfen. Ja, richtig clever. Geht's nicht auch irgendwie, dass man das einstellt, dass alle dann das gleiche vorbebauen? Oder ist das Map abhängig? Wie ist das selbe? Ich bin grad nicht, ich versteh grad nicht, was du meinst. Also, dass man einen Kern hat, aber jeder kann am selben vorbauen. Ach so, ja, aber den Spielmodus mag ich nicht. Hm, okay. Weil du teilst ja auch die Ressourcen. Ja. Und das hasse ich wie die Pest. Also, das, so, dieser Spielmodus wird ja meistens gespielt, ähm, auf dem Battleship. Und ich hasse es, ich hasse es ohne Ende. Wobei, es kommt ein bisschen, es kommt ein bisschen drauf an, ob irgendwie erhöhte Echo oder sowas eingestellt wurde, dann geht's. Aber wenn du mit dem Standard, äh, Geld aushalten musst, dann, nee, nee, nee. Und Leute, ja, ich seh dir mal wieder, äh, das ist halt die 0437er, wer sich, äh, ich weiß nicht, wann haben wir die letztes Mal die gespielt, irgendwie so 20, 30 Folgen zurück oder so. Ja, locker. Wo die noch ziemlich viel gespielt haben. Äh, ja, das dauert zu lange, weil die Dinger einfach verdammt riesig sind. Da dauert einen Moment. Aber, ja, währenddessen, äh, können wir schon mal quasi drüber reden. Wir haben überlegt, wir werden uns jetzt nächste Woche mal Baru-Trauma angucken. Eventuell, äh, werden wir das dann, wenn wir es gut finden, auch als, äh, LP mal bringen. Ähm, vielleicht kennt ihr das, der ein oder andere. Das ist ein U-Boot-Spiel, in dem man sehr viel Aufgabenteilung machen muss. Äh, muss und das klappt ja bei uns immer total gut. Ja, ja. Und das wird, glaub ich, ziemlich witzig. Aber, stay tuned, wie man immer so schön sagt. Und jetzt könntest du aber auch langsamer loswählen, ne? Ja, ja. Ja gut, wir wissen halt nicht, also bei mir ist es jetzt halt fertig im Plan. Ich weiß jetzt halt natürlich nicht, wie das bei anderen, wenn ich... Ja, bin auch langsamer loswählen. Ja, jetzt irgendjemand und zwei, guck mal. Warum bin ich denn schon wieder direkt vorne? Gute Frage. Ich habe jetzt keinen Waffenstillstand eingeschaltet, ne? Also, das kann jetzt relativ schnell ziemlich heiß hergehen, wollte ich nur anmerken. Es lief mich einfach direkt komplett voll vorne. Ja gut, das werde ich jetzt nicht machen. Ich werde versuchen, zumindest halbwegs ein normales Bild hochzuziehen. Aber ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich auch auf die Flak gehen. Auf jeden Fall wahrscheinlich, alles klar. Ähm, auf die 0437er Flak. Jetzt muss ich nur mich daran erinnern, welche das war. Das Problem war, das war die teure. Dafür brauchst du nämlich, glaube ich, hinten die Seamoon-Tag. Bin mir nicht sicher, ob wir die auf der Map überhaupt hinbekommen. Ja, wird schwierig, wird schwierig. Weil wir da so viele Ressourcen verbrauchen. Deswegen, äh, zweite Möglichkeit wäre Powder. Äh, Powder-MGs. Das kriegt man relativ zügig. Und ich glaube, das mache ich auch, weil ich will mich da jetzt gar nicht großartig verflustieren. Ich muss jetzt nur mal gucken, was ich dafür brauche. Äh, äh, gibt, gab es auch Powder-Mini-Guns? Jaja, die waren richtig böse. Okay, dann mache ich, glaube ich, Powder-Mini-Guns doch. Das waren die, mit denen ich dir auf den Sack gegangen bin. Stimmt, da war was. Ja, nee, dann mache ich die, das wird ein witziges Stückchen. So. Ah, ich habe hier wieder meine Gitter, ich freue mich. Oh, naja, gut, aber brauchen wir jetzt halt eigentlich nicht. Das ist halt für die Elektrizität am Anfang billiger. Das ist korrekt. Aber warte mal, nee, das war, das bauen wir mal ein bisschen anders. Ja gut, wir haben aber auch echt gute Vorlage von der Eko. Wie meinst du? Nee, du hast ja diese Mods reingepackt. Naja, also, ich glaube, sonst wäre die Map schwierig. So, ich fange jetzt schon mal an, meine Waffenplattformen zu bauen. Wobei, ein, ein Beef vorne dran noch, das ist mir sonst zu wenig. Oh, ich bereue gerade so ein bisschen mein Abendessen. So, es gab es ein gutes... Äh, Flammkuchen und die Creme Fraiche, sage ich mal, rummelt ein bisschen. Das muss man halt dann, äh, in Kauf nehmen, sowas. Ja, ja, das stimmt. Ich bin mal gespannt, mit was die Leute kommen werden. Ich glaube, ich mache mal vorsichtshalber hinten ein Seil dran. Das kibbelt mir ein bisschen jetzt schon zu sehr. Äh, man kann hier kein Seil an die Wand bauen. Das finde ich jetzt aber ungünstig. Na gut. Dann hoffen wir mal, dass die Scheiße hier nicht gleich alles zusammenbricht. Ja. So, also, die erste Minigun steht. Nein, man kann sie nicht zu Powder upgraden. Dafür brauche ich noch ein anderes Gebäude. Scheiße. Hä? Achso, ja, klar, du brauchst das, das, äh, Schützengebäude, also diese, die mit der Rakete. Das Schützengebäude mit der Rakete? Also, die hier, die, wie, wie heißt das Ding? Werkstatt. Ja, ich hab die ja schon geupgradet, das, die... Ah, ne, also für die Powder, oder was? Ja, ja. Echt? Ja, ja, die musst du ja von Grund auf als Powder-Variante bauen. Oh, scheiße, ja gut, ich hab, dann hab ich's grad verkackt. Ich hab grad normale gebaut. Dann fange ich aber trotzdem an zu schießen. Ah, voll vorbei. Dann müsst ihr halt irgendwann demnächst nochmal was rausballern. Also irgendwas Gescheites. Ja. Weil, äh, ich versuche die jetzt ein bisschen abzulenken irgendwie, aber das wird jetzt auf Dauer nicht gut gehen. Dann hab ich mich nämlich verdammt verbaut. Ah, du hast recht. Scheiße. Naja. Also, was brauch ich dafür? Wo sind die? Wo sind die? Scheiße. Scheiße. Ja. Kacke, ey, das war dumm. Da hab ich nicht mehr drauf geachtet. Ja gut, dann baue ich die mal wieder ab, ne? Ah. Yes, das hör ich hier doch gerne. Ja, das passiert, wenn man das Spiel irgendwie nicht lange spielt. Ja. Also, die Mod, die ist dann doch dann zu unterschiedlich. Mann, man kann durch die Energy Stores, können da, kann da wenig durch. Oh, fuck, wie gut. Was schießt er? 20er, und zwar vier Stück. Von wo? Ich hab's nicht gesehen. Sah aus wie der mittlere. Was heißt mittlere? Einer von den beiden in der Mitte. Okay, dann versuchen wir mal schnell, den einzuschreddern vielleicht. Ja, unten. Also, ich krieg den unten ziemlich gut hingeschreddert. Der baut auch grad nur noch Panikholz, aber ich komm nicht ganz durch. Ja, deswegen, also, wenn ich gleich loslegen kann, dann basieren wir den. Komm schon. So. Wir müssen halt kontinuierlich Druck auf den machen. Ja, der ist gleich fertig. Ja, das war ein bisschen zu tief. Noch ein Stück. Ja, ich kann grad nicht. Verdammt. So. Seht so sehr. Oh. Oh. Dass der noch lebt. Jo, dat war's. Ja, was hält der denn aus? Ja, nee, das war's. Alter. Der fängt sich gut, muss man sagen. Der fängt sich, ey. Oh, das geht. Sehr gut da drin. Sauber. So, ich würd... Ich würd sagen, ey, der zweite von oben ist das, der die bösen Dinge hat. Der mit den gelben, mit der Panzerung meinst du? Ah, okay. Ah, zu tief. Zu hoch. Zu tief. Ach, come on. Ah, guck mal, der hat auch... Der hat auch böse Dinge. Das gefällt mir gerade nicht. Ah, komm, wir rasieren den da weg, ey. Oh, der hat Panzerung gegen unsere Sachen gebaut. Okay, never mind. Ich hab' doch Nummern gelegt, wo man nutze ich sie nicht. Sehr schön. Okay, der zweite ist auch gleich weg. Richtig guter Schuss gerade. Und tschüss. Sehr gut. Laufher. Laufher. ja die man muss halt leider sagen also die powder waffen sind einfach übertrieben ja sind sie also die sind also wenn du nicht gerade die dickste panzerung oder ich glaube wobei schilde weiß ich nicht dann muss ich wohl gleich mal anfangen panzerung da oben zu bauen ja ich mache das mal schnell ich möchte gerne direkt raus sein dankeschön panzerung anfänger ich baue portale den scheiß kriegen sie zurück wenn sie wenn sie mich mit sowas angreifen ich hoffe dass ich schnell genug bin ich krieg jetzt return feier ja ich bin fertig mit meiner panzerung und welchen von dem unteren der beiden das wird er nicht lange raushalten seine waffen sind glaube ich nicht mehr vorhanden so jetzt habe ich mich eingeämpft jetzt kann es losgehen oh der kommt gut schön ja das war's komm mal feuerkosten halbieren falls das gerade noch irgendjemand brauchen sollte richtig guter schuss so ich bin jetzt leider an dem punkt dass ich nicht mehr mitarbeiten kann weil ich jetzt keinen winkel mehr habe ich bin jetzt ein step für step gehen wir hoch warte mal der hier kriege ich den da oben noch ok energy armor hilft gegen die ganze echt sehr begrenzten winkel muss man ja gut aber das haben sie auch die standard mini ganz das ist ja normal hier bau energy armortüren gegen den oberen da kann er nichts gegen machen ich tausche jetzt schnell meine normalen türen aus ich schreibe dann sogar schilde die powder dinge ach komm schon sonst muss ich die irgendwie umbauen minimal noch leider nicht mehr getroffen und ich muss umbauen und tschüss ja gut ich meine ach komm dann nehme ich das jetzt mal als chance lass das mal umgebaut ich baue das mal fix um keine angst war gewollt er hat gesessen ja hat er was ich wüsste halt gerne was das jetzt für welche sind ich baue jetzt mal hier das rote zeug für weiß nicht ob das explosives sind was er da benutzt oh nevermind oh oh ja 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 ich habe überlebt und ich habe sogar 2 beigekillt gg ja cool war eine lustige runde machen wir gleich noch eine aber eine andere map ich fand die jetzt nicht so mega also die ich finde ich mag die eigentlich ganz gerne aber für die mod braucht man ein bisschen mehr platz ja 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 so leute wir sind wieder am start ähm wo bin ich da wir haben einen neuen mitstreiter zwar monster farbe ohne er vom discord server ja von und mox ist irgendwie und bischen der router wohl abgekackt passiert in den besten familien würde ich sagen ich kann überlegen wie ich das hier mache also die echo mache ich komplett und dann unter den berg wir haben noch gar keine strome echo zumindest nix relevantes wo bist du wieder vorne ja natürlich irgendein depp muss es ja treffen ja ja also ich werde es auch wieder so machen dass ich mich einfach voll panzer und dann auf eine bestimmte waffengattung gehen aber erstmal survival auf so fettes panzer rum naja man muss ja leider am anfang ziemlich echo buckeln und auf der map weil es nix am anfang gibt ja wir hättest übrigens noch eine mine weiter bauen können ne weiter links ja gut ganz ehrlich schlags ja nur aber diesmal gehe ich nicht auf powder weapons ne war langweilig das war jetzt witzig für die erste nummer aber jetzt tun wir mal so als hätten wir skill sorry geht das nicht leise ich wünschte es so erstmal so ein bisschen aufgebieft das langt erstmal so was für eine tag baue ich scheiße ich muss hier auch die ganzen speicher bauen vergiss das nicht ja ja das ist typischer stopper auf der map das vergisst man noch gerne und was ich hier meistens mache ich stürze die ab boah boah da kann ich wieder nix hin bauen stimmt das ging nicht man konnte es nur hier am Boden befestigen naja wurscht das sollte erstmal lang ja habe ich auch überlegt aber mir ist tatsächlich das ist mir grad zu teuer aber das hört sich nicht gut an da hinten beim letzten beröselt es gerade ein bisschen was macht der denn da hm wer der hinten der letzte in der Reihe das soll wahrscheinlich schön ordentliche abschluss vorrichtung werden so und ich überlege mir gerade ich werde wahrscheinlich meine kompletten waffen auch unterirdisch bauen stimmt mit portalen ja kann man machen deswegen werde ich jetzt mal anfangen da oben vorzubereiten ich habe tatsächlich überlegt ob ich tier 3 mörser baue werde ich glaube ich sogar machen das kann ich hier gut vorbereiten da muss ich allerdings meinen kern noch ein bisschen schützen für beziehungsweise auch mal nur eines forschungsgebäude warum auch immer ich das da oben hingebaut habe ich kann es euch nicht sagen ja zwei portalstraßen kriege ich da gut hin der untere teil von meiner basis wird durch dich geschützt ach du bist ja direkt hinter mir ja ja siehst du mal gut fangen wir mal an ach Mist ich habe vergessen diese blöde kleine figur zu bauen die kann man ja hier bauen die auch nochmal ein paar ressourcen gibt weißt du ach dieses kätzchen meinst du ja das habe ich voll vergessen wie viel wie viel kohle brauche ich für die ersten großen tech bäude naja es geht eigentlich ey komm mal geben wir uns mal kurz richtig dreckig echo vielleicht kriege ich doch tatsächlich dann eins von den interessanten gebäude raus ich vermute leider auch gerade dass das alle anderen machen das dauert ein bisschen lange es passiert nichts und das macht mir sorge ja so echo sollte so erstmal okay sein ich möchte hier unten irgendeine fette atomkanone rein machen am besten irgendwas so ein one shot nuke und könnte man denn da nehmen dirty bomb vielleicht oder ne die war nicht geil ich glaub die dirty bomb war scheiße ne welche war scheiße dirty bomb ich glaub die war richtig kacke ich erinnere mich gar nicht mehr ach scheiße das ist alles so teuer aber das dirty bomb ist die einzige die ich mir leisten kann naja fangen wir mal fangen wir mal ganz klassisch kriegst du das okay wer war das straight line ich glaube der dritte der mit der roten panzer um ja gut dann ich baue mal meine meine schilde so dass ich dich nicht kaputt laser von hinten du solltest dir aber mal überlegen da eventuell was gegen zu tun wie meinen wie meinen deine panzerung hinten bisschen verstärken falls doch was durchgehen sollte achso ja ach komm abbrechen da brauchen wir noch vorsichtshalber so portal nummer 1 da hätte ich gern bitte noch das muss ich noch ein bisschen hier panzern das gefällt mir nicht wenn die jetzt schon mit so einem scheiß ankommen einfach toll okay das ist irgend so ein echt low intensity laser könnte das sein der war weil der läuft lange aber bringt nicht viel ja 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 das ist der glaube ich wir aus wir hatten portal straße steht waffe ist fertig fest habe ich sie jetzt richtig rum roos geht raus roos geht rein Das hat sich doch nach einem ordentlichen Schuss angehört und der sieht auch ziemlich gut aus. Ziemlich gut getroffen, ey. Ja, sag ich doch, ist der, ist der Dritte. Ich fange mal ganz klassisch einfach mit Schüsschen an. Lol. Ah, ja, die Penetrationskanone. Ja, die upgrade ich jetzt auch mal schnell. Der hat mir nämlich gerade einer schön meine Waffe, äh, mein Projektil weggeschnetzelt. So, eine zweite Kanone ist auf dem Weg. Ah, Türen, ich will doch Türen bauen. Meine Panzerung. Ah, ich sehe deine Abschlussvorrichtung, das hinterm Kern, ne? Ja, kann man nicht machen. Boah, wahrscheinlich noch mal raus, passt. Ja, ne? Okay. So, erster Schuss ist auf dem Weg. Lol, das war knapp. Ich wollte gerade sagen, ey, das war knapp, sonst hätte er mir wieder das Zeug weggenommen. Der dürfte deutlich zu weit gehen. Oh, ne, gar nicht mehr. Krass, okay. Schussstärke der Waffe komplett überschätzt. Irgendwas interessantes brauchen wir noch. Vielleicht ballere ich irgendwie. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine schicke Idee. Alter, dieses, diese Dreckswaffe, ich hasse sie. Die hast du auch mal gegen mich benutzt. Ähm, die, äh, ich zünde wirklich alles an. Raketen. Äh, aufpassen, einer von denen hat die, äh, Atom, ähm. Corona. Ach nee, die Rakete meinst du? Ja, das habe ich gesehen. Ja, ja, genau. Äh, genau, und der, einer von den anderen hat die Corona, äh, Kanone, die alles anzündet. Scheiße, ich habe jetzt gerade ein mega Energieproblem. Sieht voll lustig aus, wie der da runter brennt. Boah, krass, ich brauche 5000 Energie, um die Scheiße hier abzufeuern. Oh, sehr schön, sehr schöner Schuss. Oh, ho, 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 einfach weggenudelt. Oh, ho, 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 ho Das war's. Ich möchte auch noch mitspielen. Sorry. Oh, schade. So, Schuss kommt. Alter, der Schuss wird voll flach, wenn der nach oben fliegt. So, wo kommt er runter? Tja, da war eben noch Eisner. Oh, Scheiße. Ich hab ja da noch gar keine Öffnung gemacht da oben bei der zweiten. Das wäre gerade fast schiefgegangen. Oh, da hat einer irgendeinen fiesen, schnellen Laser. Oh, wenn die Penetration-Kanone von halt oben halt kommt, das wird... Ich hoffe, ich hoffe, ich treffe was, weil das haut halt voll rein. Knapp! Lass mir doch den bitte. ich hätte gar nicht meinen aufbau machen müssen hier mit alles drunter drüber durch hast du nicht gesehen okay die zweite ist noch nicht gut geämmt aber der hier muss jetzt ziemlich gut sitzen eigentlich mal sehen ob ich ihn jetzt abschneide ich gar nicht schon wieder nicht getroffen naja der ist super geblieft da oben wobei man kommt ganz durchgekommen gerade vielleicht lege ich meine portale um sagt der müsste sitzen bitte streuung meins nicht mit mir ups sorry Das war's für heute. Krass ey, ich habe so wenig angepasst, wie es halt einfach keiner von uns interessiert, so mit Flak und so, Alter. Ich habe keinen einzigen Schuss getroffen, ich hätte lieber Direktwaffen bauen sollen. Ja, ja. Naja, die werde ich auf jeden Fall dieses Mal bei der Folge wieder Killcams reinschneiden. Weil, so viel hat man jetzt nicht mitgekriegt. Jetzt ist halt immer das ein bisschen problematisch auf den großen Maps, man sieht nicht so viel. Ja, ich finde aber gerade so Killcams ziemlich interessant, also macht mir Spaß, das anzugucken. Na dann, würde ich sagen, erstmal gg, gg an alle anderen. Und vielen Dank fürs Zuschauen und nächste Folge hoffe ich, dass ich MTB-Kraft da vielleicht nochmal dazu gekriegt, weil ich würde gerne das 2 gegen 1 umdrehen. Hm, okay. Wir gegen dich. Ja, ja. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, tschüssi. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020